... ... kunstwissig eh, naja, hütet das, wir lernen. Wenn, wenn du, ich hab, du mit den Signalen, das hab ich auch nicht kapiert. Am Anfang hab ich viel zu viele Signale gesetzt. Ja, das, da, da mach ich das mir schladde. Ähm. So. Och, mal wie er hier jetzt schön, ach, schön. Ja, ich kann dir ein bisschen geben, ich hab 320 Millionen. Oh, naja, ich bin doch am Anfang von bis 1861, wirst du, das... Soll ich mal kurz meinen Kaffee und bin sofort wieder da? ... 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 Ach du Scheiße, das lohnt auf jeden Fall. Aber die sind alle idyllig. Die sind alle schön idyllig hier. So, was für eine Ficke hier mit diesem Scheiß-Pull. Bloß damit ich hier keinen Bahnübergang habe. Das ist echt übel. Wahrscheinlich reiß ich den, aber wahrscheinlich reiß ich das einfach an. Störung bei der Deutschen Bahn. So. So, angehalten. Das macht sie zwar hier eine riesenbauer, aber es funktioniert. 173. Na ja, ist jetzt nicht ganz so schnell, aber was soll's. Soll's, so funktioniert es aber wenigstens. Wie bitte? Das ist so'n Kack, wenn du, ähm, du musst so echt übel denken, wenn du... Ach komm, Collision, ach, ich höre auf, ey! Du musst so aufpassen, wo du deine Bahnhöfe hinsetzt und dass du die Gleise direkt am Anfang so verlängerst, dass sie dir zugebaut werden. Ja, hab ich auch schon gesehen, ja. So, dann geht das auch los hier. Der kann jetzt auch anfangen. Ja, sehr schön. So, ich glaub, mein Geschwisterchen macht's auch. Oh, vier Stunden ist schon um. Ich muss auch essen machen, ne? Ja, meine Frau kommt um eins. Ja. Also hab noch ein bisschen. So, dann wollen wir uns jetzt mal die ganze Geschichte hier angucken. Mal ein bisschen Umsatz machen hier. Das muss ich hier leider entlassen. Sonst schmeiß ich dich raus! Scheiß Bahnfahrer, hier kosten auch viel Geld. So, dann müssen die sich ja quasi in der Mitte treffen, dann sozusagen. Der macht auch grad Kohlen. Oh, schön, schön. So, herrlich, es funktioniert. Jetzt können wir hier wieder Playtrigger. Wasch mal nebenbei. Rückzahlen. So, ich hol mal geschwint mein Töchterchen. Ja, Mama. Ja, Mama. Ja, Mama. Ja, Mama. Ja, Mama. Ja, Mama. Schöne. Hi, Mama. Ja. Ja, Mama. Ja, Mama. Ja, Mama. treffen genau das machen soll super geil die Premiere hier, Premiere hier, guck mal du musst nicht gucken jetzt, sehr schön funktioniert äh dein Stream läuft noch bei mir läuft noch? ja ja super das ist schön, siehste naja, wir können auch gleich bald Feier machen weil das war eigentlich nur Test-Dream naja, ich hab jetzt verstanden, wie ich mit den Weichen machen und wenn ich jetzt hier ach so, wie mag der dann, ah ja der Ball quasi auf der anderen Seite wenn ich den dann an dem Bahnhof anderer Seite nutze fange ich dann nicht so an, sondern dem anderen Gleis, das ist wahrscheinlich klüger dann gleich zweiglässig ich fange ja nur an zu probieren, aber mein Bahnhof waren wir schon da und das wird eh nicht mehr werden hier in der Folge das ist dann das nächste Großprojekt dann so, wie läuft's noch? schnubbelig, ja? mhm, schön schön so ja, ich hab vor allen Dingen jetzt meine ganzen Züge ausgetauscht und bin jetzt im Jahr 2022 schön und jetzt fliegen die Dinger schon, oder was? ja, so ungefähr 270 fahren jetzt meine Nahverkehrszüge weil Nahverkehrszüge wohl gemerkt ich hab ja jetzt überall den, komischerweise ähm, oder was heißt komischerweise ich hab überall den gleichen Zug jetzt drauf gesetzt mhm ähm, weil der irgendwie saugünstig ist und sauschnell mhm ähm da haben wir jetzt richtig gut Kohle, ey da kann ich echt nix sagen 2 Millionen 2,6 Millionen 1,8 Millionen 2,2 1,7 2,6 und 300.000 mhm da sind die meine Züge gehen richtig gut ab und meine Trams machen dafür weniger aber was heißt ok so ist's halt im Leben tschüss Leben werde ich gleich da hin kriegen oder auch nicht ja, wir müssen die macht hier ich momentan ach, das ist ja auch ganz fein ja weißt du was ich auf meine auf meine außen-ringbahn setze? auf meine außen-ringbahn setze? ne Da probier ich, ähm, den Shinkansen draufzusetzen. Kansen? Shinkansen. Das Ding aus Japan. Aha. Ein Hightech-Zug, also ein Hightech-Ding oder was ist das, oder? Ja, das ist so ein Highspeed. Ja. Ähm, warte, der... Könntest du auch gleich sagen, der hat, ähm, ich glaub den da hab ich genommen. Ne, den da. Ich meine, nee, du Schmarrn hier. Fährt 300, also ist nicht, nicht so überragend schnell, hat aber 1720 Kilo Newton Zugkraft. Ne, das heißt? Ja, der erreicht die Geschwindigkeit auch, weil der abgeht wie Schnitzel. Schon das zweite Gleise liegt hier, okay. Aber der kostet ja zweieinhalb Millionen im Jahr, Unterhalt. Ui, nicht schlecht. Und davon hab ich fünf Stück, aufm, aufm Gleis. Fünf Stück? Mhm, schön. Also noch nett, noch fährt da ein TGW, der ist ein bisschen günstiger. Aber kommt, Alter, noch. Ja, aber dafür hab ich einen geringeren Takt und es passen mehr Leute rein. Mhm. Mal, mal gucken, ob sich das rentiert. Okay. Ich bin auch grad dabei, äh, nächste Schmarsch-Bahn zu bauen. Mal gucken, mal doppelgleisig gleich. Komplett... Ja, wissen Sie, Interesse ist auch nicht von mir. Ähm, ich sag dir auch schon mal viel Spaß beim Optimieren. Ja? Ähm... Von den Tramgleisen später. Wieso? Ja, wenn die Städte wachsen, ähm, dann musst du ja die, die Tramlinien optimieren und verbessern und ausbauen. Ja. Viel Spaß dabei. Fummelei, ne? Ich hab damit dick richtig gehabt. Das, äh, war auch lieber lustig. Mhm. War richtig. Interessant. Ja. Und Vivaldo hat mir gesagt, bis ich die Trams, ähm, wieder... Also wenn du jetzt ne neue kaufst und die richten sich ja automatisch dann aus, dass die den gleichen Takt haben. Mhm. Das dauert vier Jahre, bis die, bis das passiert ist. Okay. Also bis die Sicht auf der Strecke verteilt hat. Ja. Er hat das mal gemessen. Okay. Das ist ja auch so ein richtiger Pro an dem Spiel, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Ich steck den immer voll an. Hm? Bitte? Ich sag, ich steck den immer voll an. Ich sag immer, ich hab das und das gebaut und das und das und das. Dann sag doch, oh, das hat mich wieder richtig heiß gemacht. Das muss gleich einfach nicht so spielen. Na gut. Was spielt der sonst, äh, so einen O's und so einen Zwecks, oder? Ne gar nicht. Der spielt auch, ähm, Train Simulator hat er gespielt. Ja. Mann, die muss ja mal das Ende sein, die Strecke hätte, kann doch nicht wahr sein, eh. Da bin ich angekommen. Jo, unendlich. Sehr schön. Hammer. Okay, jetzt muss ich mal überlegen, was er mir beigebracht hat. Wie war denn jetzt gewiesen hier mit der Streckenführung? Äh, so. Dieses Signal zeigt immer die Richtung, die der Zug fahren soll, wa? Hast du gesagt? Mhm. Und immer hinter die, also, immer hinter die, äh, der hat verstanden, ja. Warte mal, wie soll ich das sagen? So setzen, dass der, der Zug, der reinfährt, vor, vor dem Signal steht. Ja. Ja. Okay, das verstehe ich. Wer den Bahnhof fährt, hm, genau. Genau. Oder auf beiden Seiten, ne? Oder auf jeder Seite? Ne, ne, auf jeder Bahnhofseite. Hab ich? Aber es reicht eine Gleichseite. Ja, das habe ich auch gemacht, das habe ich jetzt hier gemacht. So. Und dann versetzt immer, ne, immer links, immer rechts sozusagen, ne? Ja, das muss ich am Anfang nicht machen, das muss ich nur machen, wenn du, wenn du, mehr wie zwei Züge fahren lässt. Mehr als zwei Züge, okay. Also, am Anfang brauch ich das nicht. So, und das sagt, nach der Weiche, ne? So, dass der Zug, ne, hä? Was? Warte mal. Wie heißt du, haben wir die da gemacht? Ich glaube, auch richtig ab, ja. 217, 218, was muss man so bleiben. Nein, ich versuch da einfach mal. Ich kann ja rum experimentieren, wenn nicht schräg die Ahnung, muss gucken kommen. Ja. 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 Ja, ich kann ja mal richtig ab. Was ist denn da richtig los, ja? 45,90. Also, mein Nahverkehrszug, den Schinkansen habe ich noch nicht. Das dauert noch nicht. Ach, brauche ich die KW gerade, echt klasse. Ja. Ja. Ein bisschen teuer, der Ding, ey. Nur weil die besseren Waggons, ne? Mhm. Aber ich nehme trotzdem erstmal die. Die reichen erstmal. Kaufen. Okay. So, dann erstmal die Linie. Da ist's. Na, doch, der wach, halbwegs. Ja, wir essen gerade Obst. Bitte? Wir essen gerade Obst. Ah, ist immer gut. Ah, die Verzögerung. Ja, ich habe trotzdem zwei, 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 zwei bis fünf Sekunden Verzögerung. Kann ich aber trotzdem. Jetzt lieber Hitbox? Ja, mehr sogar. 10. Der ist aber okay, also. Oder? Naja. Guckst gerade bei mir, oder was jetzt? Oder bei dir? Ne, ich guck bei mir selber. Ah, ich hab's richtig gemacht. Also sieht's auch aus, ja. Der steigt Doppelspuren an. Willst du weiter machen soll der, ne? Dann, wenn... Dann hat's richtig gebaut, ne? Ja, genau. Dann hat das richtig geboten, da ist ja ein Wunder. Ne, komm mal rüber her. Ich muss gucken, wie das Ding heißt hier. Ah, der geht ja richtig ab, der Zubel. Das ist cool. Der ist gut. Der ist gut. Dann mischt der Sinn. Äh... Geht's mit so dran, ne? Schrägstrich... 200. Ja, Horn. So. Okay. Dann erst mal hier. Dann erst mal hier. Spreisen. Zack. Ich hab' die Pause drückt. Dann kann ich den Schluss von hier. Ja, das ist... Walkenhofbeuner... 2,2 Millionen... naja sauberle! So... fährt er jetzt nicht weil was? Warum fährt er jetzt? Ah da kommt ein Zug oder was? Warte auf freie Wege! Das ist ja mal in Süd, was er das sagt. Naja fahren wär besser. Wollen wir mal auf Speed machen, dass der hier sich mal verpieselt. Dann wüsste ich gar nicht ob der automatisch dann... Wir müssen gucken ob der rüber... Ah der kann ja nicht automatisch rüber... Ah ne kann er nicht, das ist natürlich do... Der dürfte jetzt nämlich keinen Weg finden. So... Jetzt aber, ok. Genau, super! Cooles Sache ja, cooles Sache, der Zug fällt mir richtig gut. Der geht ja eh, der ist aus dem Bahnhof noch nicht draußen und fährt schon 70. Zwölf Minuten gehen auch noch halbwegs... Das ist zu lang. Naja, hier kommt noch ne Ziele Zukunft, die hängt noch nicht drin. Achso. Der ist jetzt noch im Depot, da ich will muss warten bis der Video sagt... Das finde ich ja die Idee finde ich witzig. Weißt du, wenn man das dann... Der Trend macht. Weil du musst ja immer bedenken, dass der... Also der Zug braucht die zwölf Minuten und dann muss ja... Dann muss ja die Person auch noch mit der Tram in der Stadt dahin und dann muss sie ja wieder zurück... Aber ich habe ja noch einen zweiten Zug, deswegen habe ich ja doppelgläsig gebaut. Ja. Also müsste eigentlich jetzt klappen. Wenn die stricken wir uns ja an, da sind es ne schöne Strecke hier, damit schön über Brücken fahren. Ja. So, jetzt fahren wir in meinen... Bonster Bahnhof mit fünf Gleisen ein, die alle belegt sind. Ja, da will ich ja noch zwei Städte anschließen, dann... Alter, später. Ja, da muss man da aufpassen, dass da nicht durcheinander kommt. Ja, und vor allen Dingen, dann sind zwei Gleise doppelt belegt. Ja. Wenn da mal mit dem Signal ankommen und nicht passt, na dann Halleluja. Dann wird es friemlich. Ja, bei dem Bahnhof, da muss ich das mal angucken. Wie ich es da gemacht habe. Weil da kommen ja auf der einen Seite kommen ja wirklich fünf Gleise und da stehen fünf Signale. Also für jede Linie eins. Und das reicht dann auch. Und dann fahren die doppelgleisig, dann passt das auch. So. Gut, der wartet. Sehr schön, der ist angekommen. Oh, siehst du, ist auch schon ein Massagier vor Ort. Das ist schon mal gut. Und Brücke, also Brücke kann ich gar nicht aufrufen. So. Also das war echt cool hier auszutauschen. Weil der Zug ist so günstig. So. 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 Wir haben es mal geschafft, ohne dass uns irgendetwas hier großartig passiert ist. Das ist ja ein Wunder. So. 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 Hier ist leer, Mäuschen. Aber sieht cool aus, wenn du zwei Züge einfahren. So. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.